Tag Leute! Willkommen hier auf diesen mittlerweile echt grauen Planeten. Tiefster Herbst ist hier, Schnee liegt schon, die bauen schon Schneemänner wie verrückt. Jo, aber gut, müssen wir durch, minus gerade, minus 6 Grad. Es wird langsam hart, uns fehlen auch Klamotten, ehrlich gesagt. Er hat zwar einen Mantel an und so eine vernünftige Hose auch obenrum gut. Ja, okay. Aber es ist auch eingestellt, dass die Prio einsam Klamotten basteln und so weiter, es passiert aber nichts. Wie sieht es eigentlich aus? Okay, der hat noch den Speer, hat auch noch den Speer, auch noch den Speer. Okay, beim nächsten Kampf wird das Allzerbrechen. Ken mit nervenzusammenbruch. Ja, versteck dich, alter. Mann, nee. Gut, aspirin wird hier wieder gebastelt, sehr schön. Raisin baut wieder. Gucken, ob er immer noch so wie Lama ist. Bewegung, 45 Prozent. Blitzverletzung. Vorübergehend. Ich hoffe, das wird bald besser. Weil ansonsten ist der ein Totalausfall, ey. Das ist wie Dauernervenzusammenbruch. Puh. Okay, Ken baut auf jeden Fall die Befestigung, das ist schon mal gut. Ist alles wichtig hier. Die Frage ist, wie kommst du später an der Tollsfall, was hier oben liegt? Okay. Einmal kurz gehämmert. Ab zum Essen. Essen ist wichtig. Stimmt ja. Stimmt ja auch. Ich stricke ich mit dem Enter über. Hey, die schneidern. Ja, nice. Endlich. Und der Strom wird genutzt, um neue Teile für mehr Strom herzustellen. Geil. Nicht genügend Ressourcen. Metall und Synthetisch. Wir haben keine Metallteile mehr. Aber wir haben doch Erz ohne Ende. Oh nee, nur 50. Ja, scheiße. Oh, Ken legt Ausrüstung an. Okay, macht er selbstständig. Sehr schön. So, wir haben doch aber von dem Zeug eh wie viel. Feiner Rauch. Okay. Ohne einen Moment da. Nee, ist Erzverkommen. Ja, der ist doch zufrieden. Grayson macht das. Wo ist er denn? Er baut die Befestigung. Das ist schon mal gut, dass er baut. Und dann fliegt er mal noch ab. Sag ich dir da. Okay, Stimente erstellt weiter die elektronischen Geräte. Großartig. Großartig. Geräte kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ja, ist klar. Okay. So, guck mal, wie schnell Ken ist. Und wie entspannt Grayson hier zum Ballon schlendert. Auf, auf. Mach dich vom Acker. Oh, geil. Okay, also so Schrott haben wir mehr als ausreichend, ja. Leute, wir müssen hier dringend die Öfen anschmeißen. Ken, das machst du jetzt gleich hier. Weiter, 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 weiter. Auftanken. Okay. Äh, Ken? Mach mal, rechtsklick. Komm. Das hat er aufgetankt, aber nicht Altmetall, alter. Dieselgenerator wird sich auch gekümmert. Sehr schön. So. Oh, die Rita Schneider hat noch ein Shirt. Das ist gut. Wir haben keine Metallstangen mehr. Das ist so wichtig. Das ist am Ende der Bordenschein, meine Damen und Herren. Die holt die Elektronik ran. Die darf schon in meiner Bordenschein, ist okay. Äh, Rita Schneider hat... War doch gerade Rita Schneider hat. Nee, geht schlafen. Na gut. 21 Uhr, Nachtwur. Ab ins Bettchen. Schönen guten Morgen. Die Leute sind wieder hier auf Trepp. Und wir werden jetzt mal hier die Öfen anschmeißen. Der Winter steht vor der Tür. Und die da zu spät erledigt wird. Und die sich mal wieder hier Zapfen abfrieren. Wie verrückt. Machen wir das jetzt mal. Was steht denn hier unten rum? Alter. So, ich glaube, das war es mit... Mit Öfen. Minus 6 Grad draußen. Klamotten halten. Grayson legt Ausrüstung an. Neue Schuhe. Neue Schuhe für Grayson. Ja, ist okay. Okay. Neue Schuhe. Neue Schuhe. Okay. ok next solar collector aber die teile werden schon geiler die hier fertig zu bauen weil you know what i mean verdammt mir noch mal hier ein bisschen so da kommt ja produzieren jetzt überhaupt weiter ordentlich weiß ok batterienmärchen das friert ja nicht zu ok emelin du machst das super mit den öfen ich bin begeistert jetzt haben wir für temperatur da drinne minus 2 grad minus 1 oha so also wir brauchen jemand der hier heilen erledigen erledigen jemand der erledigt ich nehme an mhm 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 ok emelin holt sich was zum für was zu essen und so die hütte ist da voll rohessen gekochte mahlzeiten sieben von sieben sind drin so hier liegt ja auch noch zeug rum eisenerz vor allem ja erz liegt hier rum leute aber kann ich ihnen auch sagen richtig erz für immer für immer so der bodenbelag gefällt riedern ja das ist eigentlich gut ausgewählt so also das ist hier so langsam ein bisschen arg kunterbunt alles zwölf grad haben wir da drin ja nice 13 grad ja gut gut sehr schön sehr schön riedern riedert anfertigen 2 erreicht sehr schön wieder begeistert so wie ist jetzt hier die belegung hier da ist eins von zwei null eins von zwei windräder wäre cool da bist du auch an hier für temperaturen nur sieben grad ok weil ich sehe ich auch hier wenn ich nur drüber gehen wollte ich reinklicken raumtemperatur damals 16 grad ok das ist das gut das ist eine gute schlaftemperatur 6 grad 7 grad ja passt dann gute nacht ein neuer morgen und wie ihr gesehen habt ich glaube Samantha wartet mit einer Lungenentzündung und er drückt gehören euphorie alter die ist ja oha auf drogen alter so nex solar collector aber aktuell glaube ich naja 15 28 brauche ist jetzt nicht so schlecht die windräder wären cool so ist ja schon aufgefüllt ne warum nicht ok bandagen werden die fertig auch ok und Samantha macht wieder elektronik so wie sieht es denn aus hier wartet auf material Grayson baut den nächsten solar collector lass mal gucken hier der hat noch null den kann er gar nicht fertig bauen verstehe ich nicht aber der hat das Zeug in der Hand geht geil zack und ab geht ok jetzt noch zweimal elektronik kommen die windräder dran und drei elektronik dafür sind noch drei ne ja die noch gebaut werden müssen und wir haben immer noch herbst ah ken bastelt da schon noch steine ab lass mal gucken ich weiß nicht ob die unbedingt brauchen ey lass die mal felsbrücken verfehl abbrechen gut das heißt ken hatte die ganze ding da verwertet ich würde sagen machen wir da weiter so grayson wie sieht es denn aus hier ganze leibblitz verletzung ich hoffe das wird irgendwann ich befürchte das bleibt so ja immerhin also eh da bloß rumstehst das ist nicht lustig ok holt Zeugs damit man nicht kochen kann hier alter schicker schneewein hier eh würd ich sagen kristen kristen ok das wird geschneidert aber uns fehlt dann immer noch nicht genügend ressourcen schulatet eisen zeugs ich glaube das andere zeug das haben wir 57 aber der eisengramm fehlt naja muss doch bald wieder red kommen hier ich habe da weiter murin die knarre eh es muss fertig werden ok grayson macht doch erst mal fertig ok wir haben zwei dann dann wir haben nur einer warum baut er jetzt nicht solarkollektor wenn wir nur einen haben verstehe ich nicht der stadt bloß den kram da jetzt hin? Warum baut er da hinten nicht fertig? Alter ist der Grayson langsam. Na gut, Leute, da wird gegessen und geschlafen. Ich würde sagen, mit dieser Aussicht hier, Moment, mit dieser Aussicht hier, sage ich schon mal, adieu, tschau, tschau, vielen Dank für das Zugucken. Lass gerne einen Daumen nach, Kommentare und ein Abo, wie immer. Vielen Dank, tschau, tschau. Vielen Dank, tschau, tschau. Vielen Dank, tschau, tschau. Vielen Dank, tschau. Vielen Dank, tschau. Vielen Dank. Vielen Dank.